Kettlebell-Swings. Start es dort, dass die Kettlebell ein bisschen vor dir liegt, dann schnapp dir die Kettlebell, Schwung holen mit der ersten Wiederholung, mach eine echte Hinge-Bewegung, das heißt, Arsch geht nach hinten und dann streckt die Hüfte, dadurch kommt die Kettlebell nach oben. Die Arme sind entspannt, die ganze Power kommt nur aus der Hüfte. Achtet darauf, dass dein ganzer Fuß auf dem Boden bleibt und dass die Rippen tief bleiben, das heißt, mach nicht Dehn hier. Rob, mach es mal kurz falsch vor. Nein, nein, nein. Rotes Kreuz. Grüner Haken.